Ich werde es genauso machen, wie in den letzten Runden. Okay, das ging schnell. Hi, ich bin Linus und ich hoffe, ich wünsche mir sehr toll, dass ich nicht wieder als erstes umgebracht werde jede Runde. Linus wurde eins und zwei. Ich habe Linus ganz, ganz unten rechts in der Map gefunden. Ich glaube, dass Luca es ist, weil am Anfang ist er sehr, sehr lange stehen geblieben. Und dann waren plötzlich die Lichter aus. Und ich habe in der Zeit oben meine Files runtergeladen und bin dann runtergelaufen und habe Linus unten tot gesehen. Ich bin kurz vorm Tot bin ja noch Luca begegnet. Also, jetzt mal ganz kurz Buddha bei die Fische. Nein, 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 aber nicht in der Nähe des... So, ich kann, wenn ich irgendeine Task mache, ihr könnt mich gerne alle verfolgen. Ich kann euch beweisen, dass ich es nicht bin. Dann lasst es skippen. Aber bitte alle voten, Leute. Einfach mal auf mich gehen. Irgendwer soll mich jetzt gerne... Nee, bei Janis habe ich keinen Bock drauf. Ich will irgendwie mit vielen rumlaufen, dass sie halt sehen, dass ich es nicht bin. Ey, wenn Kian mich jetzt tötet, ne? Ich laufe jetzt nur noch mit ganz vielen anderen rum, damit die halt wissen, dass ich es auf jeden Fall nicht bin. Oh, wartet. So, ich habe gerade Moritz dabei beobachtet, wie er Kian getötet hat in Security. Hä, Moritz rausgegangen? Nein, nein, ich habe dich beobachtet. Ich bin kurz rausgegangen, dann habe ich gesehen, dass die Kameras an waren, dann habe ich gesehen, dass sie aus waren. Jetzt. Okay, stopp, stopp. Ich habe genau dich gesehen, wie du ihn gerade getötet hast. Och! Boah, ich war letztes Mal auf dem Poster, das ist so anlackiert. Mann, ähm. Naja, egal. So, wo habe ich meine Tasks? Electrical mal wieder. Egal, wo denn sonst? Immer nur Electrical Tasks. Ja, äh, es kam gerade die Frage, äh, was schon mit Sandra? Wo ist die? Okay, Leute, die wohnt ja nicht bei mir, ne? Ich weiß nicht, ähm, ob das eventuell einige Leute vermuten oder denken, aber Sandra wohnt nicht bei mir. Die wohnt in Köln im Haus mit Rob und so weiter und so fort. Kommt allerdings, äh, frei... Hm. Ich war gerade, ich habe gerade eine Task gemacht und, äh, da stand Tim kurz neben mir. Und, ähm, dann wurde Tim getötet und dann stand Luca neben mir. Das fand ich auch sehr interessant. Was? Das fand ich persönlich sehr interessant. Was? Wo war ich? Ich bin in die Task reingegangen, da stand Tim neben mir. Und, ähm, dann bin ich aus der Task wieder rausgegangen, als ich fertig hatte. Und, äh, dann stand Luca neben mir. Hä, und? Wo war denn die Leichen? Ach, Tim ist tot, oder wie? Ah ja, Tim ist tot. Ja, also, ich weiß nicht, wo die Leichen lagen. Ich bin halt in Electrical reingegangen und habe meine Task gemacht. Das klingt für mich alles ganz schön unsicher. Ich skippe. Also, ich skippe. Ich skippe auch. Ich würde, ja, ich würde auch eher sagen skippen. Ich würde auch eher skippen. Ich bin nicht 100% sicher. Okay, das macht keinen Sinn, was Stepp da macht. Der steht da einfach nur rum. Das, äh, macht absolut keinen Sinn. Ich mache, äh, Emergency. Stepp ist es. Ich habe auch gerade ein bisschen Angst vor Stepp. Stepp stand auf dem MadBase-Scan und es kam einfach keine Animation. Der stand da einfach 10 Sekunden rum und dann hat er... Ey, das kommt nicht. Das haben wir ausgemacht. Ganz skipp. Ich werde hier verfolgt. Von Yannis. Ey, ich habe Schiss. Ich habe wirklich Schiss. Wenn der da jetzt gleich um die Kurve kommt. Oder der wendet sich jetzt hier rein. Das könnte natürlich auch sein. Ja, nee. Also, Stepp ist, als der Alarm anging, im Electrical wirklich sehr verdächtig hinter mir hergelaufen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Mit jemandem anders. Ich glaube auch, als ist Stepp. Und Stepp ist auch nicht... Stepp ist, statt, äh, statt zum Reaktor zu laufen, in die ganz andere Richtung gelaufen. Für mich reicht das. Für mich reicht das, ja. Zum dritten Mal, Stepp. Ich verbote mich halt raus, ey. Ich bin da nicht. Warum läufst du nicht einfach zum Reaktor und fix das? Ach. Oh, fuck. Was? Stepp, warum bist du denn nicht zum Reaktor gelaufen? Let's go. Ach, Bruder, gönn doch Imposter, Mann. Niklas, weg. Okay, sehr gut. Linus. Hä? Wo ist Linus hin? Sag jetzt nicht, der ist gewandet. Sag nicht, der ist... Es ist Linus. Es ist Linus. Es ist Luca, ganz klar. Ich hab dich genau gesehen, du bist doch genau weggewandet. Linus, es ist dein Ernst? Was laberst du für eine Scheiße? Ich laufe mit Niklas rechts dran vorbei. Ey, Mann, das... Lass mich ausreden. Ich laufe mit Niklas rechts, rechts rum vorbei. Ja. Aus der MF raus, runter. Wo? Niklas, von der Cafeteria sind wir rechts rüber gelaufen und Niklas ist dann in Navigation rein und ich bin runter. Und Linus ist an mir vorbeigelaufen, mir entgegengekommen. Ich bin weitergelaufen, wollte zu Storage meine Quest machen. Und dann hab ich mir aber gedacht, nee, Linus ist nämlich kurz stehen geblieben. Ich verfolge den jetzt mal, wo der hingeht. Auf einmal war Linus weg, weil er halt nach oben gelaufen ist. Und dann hab ich direkt die Leiche von Niklas gesehen. Ich hab dich nicht mal gesehen. Es ist Linus. Ich war in Navigation und hab da diese Meteoriten abgeballert. Linus, was laberst du? Du hast mich nicht gesehen. Du bist an mir vorbeigelaufen. Du wolltest erst mich töten. Du kleiner 1,30er. Wir haben die Meteoritenaufgabe gar nicht, oder? Wir haben noch Visual Talk raus. Doch, 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 gibt's, gibt's. Ach so, die gibt's auch? Ja, aber die gibt's trotzdem. Das wird nur nicht angezeigt. Also ich glaub, ihr verdächtigt euch beide gerade irgendwie zu Unrecht. Das wär ein bisschen dumm. Der Imposter freut sich gerade richtig. Ja, im Zweifel halt wirklich, aber... Das wär so fissig. Alter, close call! Anja, dein Hund guckt den Stream mit. What? Ich hab Angst vor Kian. Verfolgt ihr mich? Ich hab auch Angst vor Yannis. Die drehen alle mal um, wenn die mich sehen, irgendwie. Okay, ich muss oben zu Weapons meine Aufgabe machen. Ich glaub, Kian ist es, ne? Aber ich glaub immer, dass es jeder ist. Och, Digga, nein. Jetzt denken wieder alle, ich bin das. Ich weiß, alle denken, es war ein Self-Report. Ich hab die Leiche gesehen von Yannis vor Admin. Und ich kam gerade von oben rechts und hab meine Tasta gemacht. Und ich glaube, es ist Kian. Äh, ich war doch gerade die ganze Zeit mit dir unterwegs, Luca. Wo warst du denn? Oben rechts warst du und dann bist du weggelaufen. Und dann hab ich meine Tasta... Ja, ich war oben rechts. Also Kian und Luca, ihr seid euch... Ich hab die ganze Zeit in die Cam geguckt. Und ihr seid euch einmal ja so entgegengekommen. Und da hätte einer ja auch dem anderen wieder hinterherlaufen können. Das hat keiner von euch beiden gemacht. Aber es hätte mich gewundert, wenn jetzt einer von euch beiden... Der Impostor ist, ehrlich gesagt. Also sonst hätte ja... Einer von euch hätte ja... Wäre dem anderen dann nachher hinterher gelaufen. Was ist denn mit Stepp? Stepp kann es ja auch sein. Das, was Max sagt, ist genau das, was ein Impostor sagen würde. Ja, aber ein Impostor wird auch so einen Hut tragen, wie du ihn trägst, Stepp. Ja, okay. Das, was Max sagt, das stimmt schon. Als Impostor würde ich natürlich auch sagen, ja, es kann eigentlich keiner von den beiden sein. Blabla, sodass man den Verdacht halt auf Stepp lenkt. Dann müsste nämlich Max nur noch eine Person töten. Aber Luca glaube ich sogar diesmal. Ich weiß nicht warum. Wie sieht es bei euch aus mit den Tasks? Ich bin fertig. Ja, das Ding ist, ich muss noch einen Lower Engine machen. Und eben gerade war das so ein bisschen verbuggt. Ich konnte die nicht fertig machen. Ich kann gerne mit euch hinlaufen. Oder wir skippen und laufen halt alle zu viert rum. Also ich muss nur noch einmal Lower Engine. Jeder, der keine Impostor ist, der bleibt bei mir. Ich muss nur noch einmal Lower Engine. Ja, wollen wir zu viert rumlaufen und alle skippen? Ja, der ist... Oh, Digga... Nein, der macht direkt Lights aus. Einer macht direkt Lights aus. Alter, okay, das ist blöd. Okay, die Lights sind wieder an. Das war ein schlauer Move von Impostor. Oh nein, eine Upload-Task, Alter. Wenn jetzt einer kommt, dann bin ich dran. Wenn jetzt einer kommt, dann bin ich dran. Ah! 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 Okay, gut. Okay, wir müssen alle unsere Tasks fertig machen. Ich muss unbedingt in die Cafeteria und dann haben wir es theoretisch geschafft. Beziehungsweise uns gleich für wen entscheiden. Und ich glaube wirklich, es ist Max, weil die Begründung halt ziemlich krass war. Also dieses von wegen, ja, bla bla, ich will erstmal das in denen rausworte, damit das mit den Tasks nicht klappt. Okay, da ist Kian. Ich mach jetzt nichts. Ich lauf jetzt weg. Ich lauf jetzt hier hin. Ich hab Angst. Okay. Kian kam mir grad entgegen, da wo die Leiche war. Sehr, 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 sehr safe, Kian. Kam mir grad entgegen und... Boah! Ey, schwierig. Ja. Ich hätte... Ich hab... Ich hab hundertprozentig gedacht, dass es Max ist. Ja, ja. Und Max meinte eben schon, er verdächtigt Kian. Ohne Anwalt sagt er gar nichts. Ich... Ich sag, bin ich für Kian, wenn er keine Verteidigung hat, Alter. Ey, statt wenn du's jetzt bist, dann hast du mich richtig out... Kian holt dann seinen Anwalt an. Ja, natürlich. War's, Kian. Ja, ja. Aber warum sagst du denn nichts? Kian, warum sagst du denn nichts? Ganz zu Beginn meinte ich sogar noch so, boah, Kian könnte es echt sein, weil der mich die ganze Zeit verfolgt hat. Bis zum nächsten Mal.